Das Besondere am Kölner Hochsprung-Meeting, eigentlich kann ich das gar nicht erklären, weil man muss es erlebt haben. Es ist ein Weltklassefeld hier mit Leistungen jenseits der 220. Jeder Springer kommt mit seiner eigenen Musik. Das macht das Ganze zu einer Partyveranstaltung. Hier sind tausend Leute in der Halle, hier ist eine Riesenstimmung. Ich bin gerne beim Köln Hochsprung mitten dabei, weil es mein Liebling am Wettkampf ist. Seit ich hier bin, habe ich die beste Stimmung gehabt in dem letzten Jahr. Die beste Weltmeisterschaft oder der Olympia ist hier. Ich liebe Köln und es ist meine Heimat hier. Für mich ist ein spezielles Aspekt der Kompetition, dass es nur Highjump ist. Sie haben Musik im Hintergrund, das macht die Publikum und die Highjumpers wirklich in die Kompetition. Und ja, also Kölner Hochsprung-Meeting ist Familie. Ich mag das nur für Spaß und für die Leute eine gute Wettkampf. Letztes Jahr habe ich eine Biba-Colonia aus dem Karneval gewählt, eine deutsche Song. Also dieses Jahr möchte ich etwas mehr persönliches vorstellen. Es wird also eine Song, aber es wird eine glückliche Song sein. Ich hoffe, dass die Publikum in die Zukunft kommt. Es sollte sehr spannend sein. Und ein Tipp noch, da die Veranstaltung, obwohl wir 1000 Plätze haben, in aller Regel im Nu-Aus verkauft ist. Der Vorverkauf beginnt heute Abend im Unisport in der Uni und ab Mittwoch zur Mittagsessenszeit in der Mensa der Deutschen Sporthochschule. Geht halt so lange, wie Karten da sind. Wer zuerst kommt, malt zuerst. Viel Erfolg! Mein Name ist Luis Castro. Mein Name ist Edgar Rivera. Und nicht vergessen, die Tickets zu kaufen. Für die Kompetition kommt uns am 25. Januar zu unterstützen. Es wird eine große Kompetition mit großen Athleten, also kommt uns. Nicht vergessen, okay? Kisses.